Alle zusammen gegen den Faschismus! Mein Platz ist völlig voll. Wie leiden jetzt die Leute hier rum? Weil da geht's ganz schön. Da müssen junge Menschen aufgeben. Bei mir ist jetzt erstmal... Möchtet ihr Fehler haben? Es hat Fehler gemacht. 1, 2, 1, 2, 1. Wunderbar! Okay. Wir müssen sich verteidigen. Wir nichts mehr haben werden. Weder das Zusammenleben, noch im Übrigen mehr Wohlstand. Super! ... Sprecherinnen, und da darf ich begrüßen, sowohl den Öffentlichen... ... und noch mehr mit jedem verdeckten Antisemitismus und Rassismus... ... und noch mal am geraten! ... und noch mal am geraten. Vielen Dank.